hallo ihr fantastischen menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge und heute stelle ich euch zwei ganz besondere gameboy homeboys nenne ich es mal vor und zwar zwei demakes von modernen spielen hier fragt euch jetzt vielleicht okay was ist ein demake also ihr kennt ja wahrscheinlich schon so hd-remakes da wird jetzt ein spiel genommen meistens das ein paar jahre älter ist und wird dann für moderne plattformen noch mal ein bisschen auf gehübscht also die auflösung wird irgendwie vergrößert die texturen das ui wird verbessert und so weiter ich kenne das alles entweder so oder halt eine komplette überarbeitung diese zb bei links awakening gemacht haben und die makes die machen quasi das ganz umgekehrte die nehmen ein moderne spiel und packen das auf eine alte plattform wie gut das funktioniert seht ihr jetzt gleich so und als erstes haben wir elden ring ja mit dieser ganzen dark souls ähnlichen spielen kann ich persönlich nicht viel anfangen ich habe keine erfahrung ich habe in kein spiel großartig reingespielt das muss ich jetzt erstmal von vorne hinein etwas gestehen allerdings weiß natürlich was die faszination von diesen spielen ist und das finde ich natürlich auch richtig klasse dass das so spiele sind wo man sich so rein fuchsen muss ich persönlich habe halt keine geduld ich bin ja was moderne spiele angeht so eher so der strategie und aufbauspieler aber trotzdem weiß natürlich mit elden ring worum es da groß geht es ist eine große faszinierende welt mit schweren kämpfen und ihr seht man startet hier wenn ihr das spiel genauer kennt als ich könnt ihr ja vielleicht sagen ob es da irgendwelche parallelen gibt ob man da auch zum beispiel hier in den ähnlichen gebäuden startet oder ähnliches also ich kann natürlich so ein bisschen sich umschauen und hier seht ihr schon was wir hier so als kampfsystem haben und zwar wir hier einmal die ausweich rolle die ist ja sehr sehr wichtig bei diesen spielen und einmal den schwertkampf die optionen sind hier natürlich sehr eingeschränkt logischerweise ist ja klar gameboy hat nur zwei buttons da muss man sich aus wesentlich irgendwie konzentrieren aber ich würde sagen vor uns das haus hier weiter anschauen zeige ich euch ja mal grob die welt ich glaube es wurde auch mit gameboy studio gemacht weil ich es richtig im kopf habe übrigens wenn ihr euch die die maxi hier euch vorstelle auch selber spielen wollt habe ich euch die links natürlich unten im beschreibungstext entsprechend reingeschrieben dass ihr es auch runterladen könnt so und hier haben wir diese statu und den ersten boss gegner ich weiß nicht ob es der erste boss gegner ist und ihr seht also zumindest sagen wir es mal so als außenstehender ist das kampfsystem ähnlich wie man den attacken ausweicht und dann oft stirbt wie ihr seht ich bin nicht gut darin aber ich denke mal diese grundsätzliche gameplay mechanik mit ausweichen richtigen zeitpunkt zum zuschlagen finden und so weiter das findet ihr hier auch und da auch wie gesagt wenn ihr das spiel besser kennt erwacht man da auf so einen friedhof ich weiß es nicht okay hier haben wir können sogar speichern das unterstützt das spiel auf was ganz nett ist aber ich habe jetzt kein großartigen fortschritt bisher deswegen lasse ich das mal okay und man hat hier natürlich so entsprechend die dialoge logischerweise wobei ich da jetzt auch jetzt nicht so genauer darauf eingehen werde weil wie gesagt ich bin nicht weit gekommen hier wird natürlich so ein bisschen story building betrieben ist klar die grafik logischerweise ist ein d-mac sieht natürlich so aus aber ich finde sie sieht schön und stilsicher aus gehe ich ja mal runter was hier ist was das hier zu entdecken gibt bestimmt ein fies ding okay okay gut das scheint irgendwie ein zauberer zu sein wenn ich das richtig überflogen habe diese rollanimation sieht schon cool aus oder ich denke mal das wird hier ich suche mal noch einen anderen kampf gibt es da so wie zu kämpfen im originalen okay das sind gegner das werden aber wie man sieht das schwere wurde auf jeden fall hier übernommen aber ich hoffe das reicht euch so ein bisschen als einblick bevor ich hier immer scheiter und scheiter und scheiter wobei ein gegner möchte ich euch noch zeigen also die gegner sind wirklich cool design finde ich genau hier den hatte ich schon mal beim probespielen hier gesehen so so ein ritter also die gegner sind schon cool gemacht auch hier weiß natürlich nicht ob die jetzt dem original irgendwie nachempfunden sind ich wollte ja mal weg wobei es natürlich wahrscheinlich im original das kampfsystem komplexer sein wird als hier aber ganz ehrlich was erwartet ja es ist ja ganz klar vielleicht schaffe ich bin wahrscheinlich zu doof was ich als schade finde ist dass man nicht sieht ich bin ich bin kein total versager aber hier finde ich ist sehr cool wie man das hier auch das gegner design mit einigermaßen übernommen hat ja okay gut auf zum nächsten spiel beinig auf beiden auf isaac die mail hier um beiden auf isaac auch das spiel habe ich im original leider nur kurz reingespielt aber eigentlich von der prämisse ist es ja eigentlich wirklich perfekt für den gameboy gedacht weil ihr habt ihr immer kleiner verschiedene räume wo ihr gegner besiegt dann kriegt ihr items wo ihr besser werdet und dann geht ihr halt immer weiter als kombiniert auch hier mit einer sehr traurigen geschichte und das wurde hier gut umgesetzt also ich finde hier auch dem spielersprite und sowas das sieht sehr original getreu aus und ja wie das original habt ihr natürlich hier einen sehr einfachen angriff und wir kämpfen uns jetzt hier durch das spiel allgemein hat natürlich ein problem und zwar ihr seht schon slowdowns und ihr werdet auch gleich sehen sobald ihr hier gegner besiegt habt geht es halt schneller das ist halt ganz normal beziehungsweise normal also ich glaube auch das spiel wurde mit mit gb studio gemacht und da ich ja selber schon ein bisschen damit um entwickelt habe weiß ich wenn zu viele sprites und viele gegner auf dem bildschirm sind dann wird es halt langsam das ist halt logischerweise die einschränkung also das spiel wurde in einen gameboy jam zusammengebaut das heißt es ist es halt kein voll entwickeltes spiel was ihr gerade gesehen habt was gerade nur verwirrt dass ich das schon durch war und ihr seht bei vier gegnern ist das schon natürlich sehr heftig also spiel ist sehr rudimentär ich würde es mal freuen wenn das quasi wirklich hardware optimiert programmiert wird das wäre schon wirklich cool dass das nicht ganz so sehr dieses laut uns habt ja und ich bin es gerade so doof um zu treffen also dass das spiel ist so sehen relativ stressig mein klar von gameplay her man muss sie hat so ein bisschen also bei ww hat man damals kalten gesagt aber wie bin ich es aber gerade blöd das problem ist weil wenn jeder steuer kreuz keine richtung habt dann guckt er automatisch nach unten und ich dachte halt gerade okay gut ich gucke ja in die richtung dann wird auch dahin schießen aber muss halt aktiv dann dahin laufen das ist natürlich auch ein bisschen störend ist halt nicht ganz optimal aber so allgemein von der idee ist ein spielkonzept ja wirklich perfekt es gab da schon mal so ein gameboy homo spiel dmg deals damage was quasi so ähnlich ist wo ihr halt ein gameboy spielt wo ihr halt die gegner in einen raum platt machen müssen um halt zum nächsten nächsten kommen müsst aber ich finde es ein cooler cooler proof of concept im prinzip quasi hier ist natürlich jetzt gestorben aber auch die gegner vielfalt und was ist natürlich nicht sehr hoch allerdings wie gesagt das wurde hier auf einer gameboy komo gemacht das heißt das ist halt so programmier wettbewerbe wie kann man das auf deutsch beschreiben also da gibt es verschiedene teams die haben irgendwelche vorgaben ok entwickelt hier in einer woche gameboy spiel zu xy oder irgend so was und da ist das halt entstanden und logischerweise ist das denn nicht so ausgefeilt viele andere spiele aber finde so für ein gameboy die make haben das echt perfekt übernommen erwartet hier halt wirklich keine keine stundenlangen spiel spaß also allen ist da im vergleich natürlich wesentlich ausgefeilt und wir sehen also das lauter uns welche gegner da sind das zu schneller wird und hier werde ich sterben 100 pro im original gibt es natürlich hier viele verschiedene räume und sowas und jetzt bin ich der tue das wollte ich euch jetzt beides zeigen ich wollte es wie das ist nicht so wie super in die länge ziehen oder ähnliches deswegen ich hoffe es hat euch beides gefallen und ich habe noch ein paar die makes quasi in der hinterhand wird bestimmt demnächst auch wieder auch an die make video geben schön dass ihr wieder reingeschaut habt ihr lieben ich wünsche euch einen wunderschönen tag egal was er noch vor macht's gut